Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde des Streamings, unserem allerersten Stream-Optics-Top-Listen-Video. Top-Listen-Videos sind einfach immer gut und deswegen dachten wir uns wäre es mal spannend, über PTZ-Kameras im Mittelklasse-Bereich zu sprechen. Vor allem professionellere Kameras im Mittelklasse-Bereich, weil hier in den letzten anderthalb Jahren richtig viel passiert ist und diese Kameras mittlerweile super geil sind. Preislich müssen wir das Ganze natürlich einordnen. Wir haben uns einen Rahmen von maximal 3000 Euro gesetzt, damit wir das Ganze auch irgendwie vergleichen können. Und eins kann ich euch sagen, hier ist richtig was passiert und hier gibt es einiges zu sehen. Let's go! Und was kann es Besseres geben, als unsere Top-Liste mit einem bekannten Kamerahersteller anzufangen? Und zwar Canon. Die im letzten Jahr veröffentlichte Canon CR-N100 ist das sechste Modell der PTZ-Reihe und wurde für hochwertige Videoaufnahmen und die nahtlose Integration in ein Multikamerasystem entwickelt. Die Canon CR-N100 zeichnet sich durch eine hervorragende Bildqualität aus und bietet im entsprechenden Preissegment eine aus unserer Sicht unvergleichliche Vielseitigkeit und Leistung. Die Kamera verfügt über einen 4K-CMOS-Sensor und einem Digic DV6-Prozessor für optimale Bildqualität und bestmögliche Videoaufnahmen. Sie ist mit einem leistungsstarken 20-fach optischen Zoom ausgestattet und liefert so kristallklare 4K-UHD-Aufnahmen mit außergewöhnlichen Details. Zudem verfügt die Canon-Kamera über vier verschiedene Bildmotive, Porträt, Sport, Lowlight und Spotlight. Diese lassen sich bei Bedarf auswählen, um das jeweilige Motiv bestmöglich visuell einzufangen. Mit Hilfe des Hybrid-Autofokus-Systems sind darüber hinaus schnelle und präzise Fokusanpassungen jederzeit möglich, selbst wenn wir sehr schlechte Lichtverhältnisse vorfinden. Im Hinblick auf die 4K-Videoaufnahmen müssen wir jedoch einschränkend festhalten, dass wir anschlusstechnisch auf HDMI beschränkt sind und insgesamt auch nur 30 Bilder pro Sekunde in 4K erreichen. Außerdem verfügt die Kamera über keinen SDI-Anschluss, was sie in Sachen Anwendungsbereich und Vielseitigkeit erheblich einschränkt. Und auch die Auto-Tracking-Funktionen von Canon, die, ganz ehrlich, so ziemlich mit das Beste ist, was wir aktuell auf dem Markt finden, sowie die Option NDI sind nicht von Anfang an dabei, sondern müssen per Upgrade hinzugefügt werden, wodurch die Kosten der Kamera insgesamt nochmal erheblich ansteigen. Insgesamt aber konnte uns die Canon CR-N100 trotz ihrer Einschränkungen und möglichen Zusatzkosten mit ihrer hohen Verarbeitungsqualität und einem brutal guten und gestochen scharfen Bild überzeugen. Als nächstes sprechen wir dann über einen weiteren großen Hersteller im Kamerabereich, nämlich Panasonic. Die Panasonic AW-UE40 hat inzwischen schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, kann aber auch heute noch mit den neueren Modellen auf dem Markt mithalten. Die 4K-Kamera überzeugt uns ebenfalls mit einer hohen Verarbeitungsqualität und gestochen scharfen 4K-Aufnahmen. Die AW-UE40 verfügt über einen 4K-MOS-Sensor und wurde mit einem leistungsstarken 24-fach optischen Zoom ausgestattet, wodurch kristallklare 4K-UHD-Aufnahmen mit außergewöhnlichen Details genauso gut möglich sind, wie wir es schon bei der Canon CR-N100 erlebt haben. Weitere Besonderheiten sind die Unterstützung des NDI-Protokolls und das Direktantriebssystem Direct Drive, mit dem leise und reibungslose Kamerabewegungen in vertikaler und horizontaler Richtung möglich sind und die Betriebsgeräusche so auf ein Minimum reduzieren lassen. In Kombination mit der optischen Bildstabilisierung sorgt die Kamera insgesamt für sehr geschmeidige Schwenk-Neige-Bewegungen und hervorragende Kameraperspektivwechsel und Kamerafahrten innerhalb einer Aufnahme. Große Augen haben wir aber trotzdem gemacht, als klar wurde, dass die Autotracking-Funktion nicht noch zusätzlich hinzugefügt werden muss, sondern von Anfang an dabei ist. Was jedoch bei Canon bereits einschränkend angesprochen wurde, gilt auch hier. 4K-Videoaufnahmen können wir nur mit 30 Bildern pro Sekunde genießen und anschlusstechnisch sind wir erneut auf HDMI beschränkt, sofern wir die Kamera eben für 4K-Aufnahmen verwenden möchten. Im Full-HD-Modus hingegen können wir die Panasonic AW-UE40 ebenfalls mit 60 Bildern pro Sekunde nutzen und die Kamera dann per HDMI, IP oder USB anschließen. Aufgrund der vorhandenen Autotracking-Funktion, der guten Verarbeitung und insgesamt hoher Bildqualität kann die Panasonic AW-UE40 auch heute noch überzeugen. Weiter geht's dann mit Marshall Electronics und der Marshall CV-630, die wir auf unserem YouTube-Kanal vor einigen Monaten bereits vorgestellt haben. Die Marshall CV-630 gibt es in mehreren Varianten, die sich je nach Modell in Bezug auf ihre vorhandenen Anschlüsse unterscheiden lassen. Verbaut wurde ein 4K-UHD-Sensor, mit dem wir sowohl in 4K als auch 1080p aufnehmen können. Im Gegensatz zu den bisher genannten Kameras verfügt die CV-630 aber zusätzlich über einen SDI-Anschluss, was die Kamera vor allem für professionellere Studioumgebungen spannender machen könnte. Ebenfalls als sehr positiv zu bezeichnen ist die Möglichkeit, einen 30-fach optischen Zoom zu verwenden. Das aus unserer Sicht aber größte Alleinstellungsmerkmal ist der Bereich der Temperaturen. Aufgrund ihres Designs konnten wir bei der Marshall CV-630 nämlich erheblich geringere Temperaturen und Temperaturentwicklungen feststellen, als wir das bei Konkurrenzkameras erlebt haben, was natürlich im Hinblick auf Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sein kann, vor allem wenn wir solche Kameras mehr oder weniger im Dauerbetrieb benutzen. Verglichen zu Top-Marken wie Canon oder Panasonic haben wir bei der Marshall CV-630 insgesamt ein leicht schwächeres Bilderlebnis und es gibt auch keinerlei Möglichkeiten, die Autotracking-Funktion nachträglich zu ergänzen. Dennoch bietet die Kamera, insbesondere im Bereich der Anschlüsse, hier natürlich SDI, mehr Optionen und kann mit ihrem besonderen Temperaturdesign vollends überzeugen, wodurch sie eine sehr gute Wahl für viele Anwender darstellen sollte. Wir wechseln erneut zu einem weiteren Hersteller und kommen zu PDZ-Optics, die mit ihrer neuesten PDZ-Kamera einen richtigen Volltreffer landen konnten und eine Kamera veröffentlicht haben, die sich ideal für einen intelligenten Videoproduktions-Workflow eignet. Die PDZ-Optics MU4K ist eine preiswerte und flexibel einsetzbare Kamera, die es in insgesamt drei unterschiedlichen Varianten gibt und sich je nach Modell in ihren Zoom-Funktionen unterscheiden. Verbaut wurde ein Sony UHD CMOS-Sensor, der uns saubere und detailreiche Bilder liefert und eine Auflösung von 4K mit 60 Bildern pro Sekunde garantiert. Aber auch im Bereich der Anschlüsse lässt die MU4K nichts vermissen. Die Kamera wird über HDMI, SDI, IP und USB angeschlossen, sodass sie flexibel in allen denkbaren Umgebungen zum Einsatz kommen kann. Generell muss ich sagen, in Sachen Umfang und Ausstattung spielt die PDZ-Optics MU4K im Vergleich zu den bisherigen Kameras unserer Liste in einer ganz anderen Liga. Hier wird für wenig Geld extrem viel geboten. NDI und sogar Auto-Tracking sind übrigens neben der 4K-Qualität von Haus aus dabei und müssen nicht zusätzlich per Upgrade gekauft bzw. hinzugefügt werden. Des Weiteren können wir je nach Modell und angestrebten Anwendungszweck Geld sparen, sofern wir eine der kleineren MU4K-Varianten auswählen. Einzig im Bereich der Verarbeitung und im Hinblick auf Bildqualität stellen wir jedoch fest, dass die MU4K nicht auf dem Niveau einer Canon oder Panasonic PDZ-Kamera unterwegs ist. Dennoch ist der Abstand zu absoluten Top-Marken verhältnismäßig gering und in ganz vielen Szenarien gar nicht wirklich festzustellen, sodass die Vorteile der Kamera im Bereich des Preises, des Umfangs und der Flexibilität für einige da draußen vielleicht von größerer Bedeutung sind. Zu guter Letzt müssen wir dann aber auch noch über KatoVision sprechen. Die in diesem Jahr veröffentlichte KatoVision KT-UH71KT ist eine PDZ-Kamera mit sehr ungewöhnlicher Bezeichnung, die uns in unseren Tests Anfang des Jahres extrem überraschen konnte und von uns in unserem YouTube-Video als Preis-Leistungskracher bezeichnet wurde. KatoVision hat mit diesem Produkt aus unserer Sicht einen neuen Benchmark gesetzt, wenn wir über Gesamtpaket, Leistungsumfang und Kosten sprechen. Die Kamera verfügt nicht nur über einen starken 4K-SIMOS-Sensor und einer sehr guten Verarbeitungsqualität, sondern liefert uns Aufnahmen in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Im Vergleich zu den bisherigen Kameras aus unserer Liste erreichen wir 4K jedoch nicht nur über HDMI und IP, sondern auch noch über 12G SDI, wodurch im Grunde genommen alle denkbaren Anwendungsbereiche von 4K-Aufnahmen profitieren können. Des Weiteren verfügt die KT-UH71KT natürlich auch noch über NDI und Auto-Tracking. Beide Zusatzfeatures sind von Anfang an dabei. In der Gesamtbetrachtung erhalten wir mit der PTZ-Kamera von KatoVision das umfangreichste und aus unserer Sicht auch benutzerfreundlichste Gesamtpaket. Einzig im Bereich der PTZ-Rotation und in der Bildqualität haben wir geringfügige Nachteile im Vergleich zu Top-Produkten festgestellt. Für all diejenigen aber, die auf der Suche nach einem Sorglos-Paket mit sämtlichen Features sind, ist die KatoVision KT-UH71KT trotz ihres sehr komplizierten Namens eine wirklich sehr spannende Wahl. Das war sie nun also, unsere kleine StreamOptics-PTZ-Kameraliste im Mittelklasse-Preisbereich. Ich hoffe, dass ihr vielleicht eine Kamera im Video gesehen habt, für die ihr euch jetzt ein bisschen mehr interessiert oder die ihr vielleicht noch gar nicht kanntet und wo ihr euch jetzt denkt, hey, das könnte eine für mich sein. In Zukunft wird es aber auf jeden Fall auch noch ein Video für PTZ-Kameras im Einsteigerbereich geben. Bis dahin bleibt mir wie immer nicht so viel zu sagen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. StreamOptics out!